Heute Morgen habe ich es gelesen und es gibt viele lustige Dinge, ob das jetzt lustig ist, weiß ich nicht, aber zeigt das, man kann alles schreiben. Ich bin aus dem Bett gefallen. Warum vor Entsetzen? Nein, weil es raus ist. Mich haben andere Dinge mehr entsetzt heute Morgen. Berechtigte Nachfrage, dafür sind Sie da. Nein, dass Max Kruse schon eingetütet und alles schon vermeldet worden ist. Ich hoffe, dass er sich Ihr Optimismus bewahrheitet. Sind Sie skeptisch? Nein, aber ich bin nicht so weit, wie Sie schon alle sind. Ja, das ist... Nein, man muss das richtige Tempo gehen. Ich weiß, dass es Ihre Aufgabe ist, immer ein bisschen in die Zukunft zu schauen und auch damit, ich sage jetzt mal so, für Sie hat das ja auch keine Folgen, wenn dann am Ende steht, nein, das war nicht so, dann hat man wieder eine andere Geschichte. Also ich glaube, dass Sie ein bisschen zu schnell dran sind. Ich glaube, dass sie da nicht so schnell dran sind. Ich glaube, dass es nicht so weit ist, weil Sie das ist.